Deine Suche nach dem perfekten Ecksofa endet hier. Finde heraus, welches Modell dein Leben verbessern wird. Wir haben die drei hochwertigsten Geräte in jeder Preisklasse gefunden und gemeinsam mit dir finden wir das passende Produkt für deine Bedürfnisse. Wenn du weitere Infos brauchst, check einfach unsere Videobeschreibung. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um den perfekten Überblick über das Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Als erstes und günstigstes Modell haben wir das Gregpol Ecksofa. Ein besonderes Highlight ist die Schlaffunktion, mit der sich das Sofa in ein großzügiges Bett verwandeln lässt. Ideal für Gästeübernachtungen oder wenn du einfach mal den Luxus eines großen Bettes genießen möchtest. Der integrierte Bettkasten bietet dir ausreichend Stauraum für Bettwäsche oder andere Utensilien, die du schnell und unkompliziert verstauen möchtest. Der Bezug aus dem Stoff Poso sieht nicht nur elegant aus, sondern fühlt sich auch angenehm an. Kombiniert mit dem massiven Holzgestell aus Kiefernholz und laminierten MDF-Möbelplatten garantiert dieses Sofa eine lange Lebensdauer. Hier wurden wirklich nur die besten Materialien verwendet, um dir ein langlebiges und robustes Möbelstück zu bieten. Die Ottomane des Gregpol Ecksofas ist universal einsetzbar. Du kannst sie je nach Raumaufteilung links oder rechts anbringen. Das macht dieses Sofa zu einer flexiblen Lösung für jedes Wohnzimmer, unabhängig von der Raumkonfiguration. Was das Gregpol Ecksofa von anderen Sofas in seiner Klasse abhebt, ist die Kombination aus Komfort, Flexibilität und praktischem Nutzen. Während viele Sofas entweder gut aussehen oder funktional sind, bietet dir das Gregpol beides und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Komfort legen, ohne auf Funktionalität verzichten zu wollen. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du das Sofa auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das Kaiser Möbel Ecksofa. Das Ecksofa Modena Studio von Kaiser Möbel wurde speziell für moderne Wohnräume designt. Es verbindet ein zeitloses Design mit klaren Linien und einer eleganten Ästhetik. Mit seiner schlichten Eleganz passt es perfekt in jedes Wohnzimmer und wird zum absoluten Hingucker, ohne aufdringlich zu wirken. Ein absolutes Highlight dieses Sofas ist das Poso-Material, das für seine hydrophoben Eigenschaften bekannt ist. Das bedeutet, dass Flüssigkeiten einfach abperlen, anstatt in den Stoff einzudringen. Also, keine Sorge mehr um verschüttete Getränke oder andere kleine Missgeschicke. Das hält dein Sofa nicht nur sauber, sondern auch länger frisch und schön. Die Basis für dieses langlebige Sofa ist ein stabiler Holzrahmen. Die hochwertigen Materialien sorgen dafür, dass du lange Freude an deinem Sofa haben wirst. Das ist besonders wichtig, wenn du nach einem Möbelstück suchst, das nicht nur gut aussieht, sondern auch den Alltag meistert. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, das Luma Home Federkern Ecksofa, vorstellen. Stell dir vor, du kommst nach einem langen Tag nach Hause, sehnst dich nach einer gemütlichen Ecke, um einfach die Seele baumeln zu lassen. Und da ist es, das Luma Home Federkern Ecksofa. Mit seiner großzügigen Liegefläche verwandelt sich das Sofa im Handumdrehen in ein bequemes Doppelbett. Ob für dich allein oder für Gäste, die bei dir übernachten, diese Schlafstätte bietet dir und deinen Liebsten eine erstklassige Erholung. Aber das ist noch nicht alles. Im feststehenden Teil des Sofas findest du einen geräumigen Bettkasten. Perfekt, um Bettwäsche, Kissen und Decken ordentlich zu verstauen. Kein unnötiges Suchen mehr, alles ist griffbereit und gut organisiert. Und als besonderes Highlight gibt es eine integrierte Nachtkonsole in der Rückenlehne, die mit zwei Fächern ausgestattet ist. Hier kannst du deine Bücher, die Fernbedienung oder andere Kleinigkeiten unterbringen. Ein echtes Plus an Komfort. Was dieses Sofa wirklich auszeichnet, ist seine außergewöhnliche Polsterung. Dank der hochwertigen Boxspringverarbeitung, kombiniert mit einer mittelfesten Wellenunterfederung und einer 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkernmatratze, erlebst du einen Sitz- und Schlafkomfort der Extraklasse. Der integrierte Kaltschaum-Topper sorgt zudem für eine perfekte Anpassung an deinen Körper, egal ob du sitzt oder liegst. Ein Luxus, den du nicht mehr missen möchtest. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Ecksofa.